Nein, auf keinen Fall. Ich sterbe, ich sterbe, ich bin tot. Nein. Doch. Hallo und herzlich willkommen zu Maro 1 mit PolarCraft. Hallo. Und wir joinen den Server in 3, 2, 1. So, wir sind nämlich stehen geblieben im Nether. Das haben wir nächste, äh, letzte Folge schon gemacht. Okay, wir waren noch 10 Sekunden. Ich vergesse das immer. Und, ja, diese Folge wollten wir ein schärfer Vierschwert machen. Eventuell sogar schärfer 5. Und mir ist gerade eben aufgefallen, ich habe Fell gemacht. Ich habe mich aufgenommen. Das stimmt, haben wir eben geguckt, das ist irgendwie komplett weg. Na, du wirst dann meine Aufnahme kriegen. Kannst du dann hochladen? Mir ist viel Quarz in der Nähe. Ui, hier ist Lava. Ich wollte gerade sagen, wollen wir uns über die Lava bauen? Nein, auf keinen Fall. Ich sterbe, ich sterbe, ich bin tot. Nein. Doch. Okay, wir sind ein bisschen verpeilt in den Stab. Okay, Leute, es geht los. Lass wegrennen, gleich nach hinten, okay? Ja, klar. Dann geht's los, Alter. Oh, ich sag, wie ging das denn ab, Alter? Nein. Harsch mich. Ja, meine Sachen hast du noch. Nein. 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 Heute ist ... Nein. 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 Einer hat auch. Nein. Nein. Oh, ich hätte auch geweint. Nein, nein. Du bist jetzt nicht gestorben! Was hast du jetzt nicht getan? Nein! Das ist mal ne Kiste! Nein! 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 Du bist jetzt nicht raus, oder? Ich hab ne Schlucht! Ich hab ne Schlucht! Nein! Doch! Lass uns nach unten! Und ne Biene! Ne Biene! Alter! Ach, nein! Wie soll ich das schaffen? Nein! 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 Warum hab ich gerade noch nie gesehen? Ich bin tot! Komm, ich komm, ich komm! Ich komm, ich komm! Alter! Alter! Ich hab gerade eine Herzinfanz! Sie kommt nicht raus! Ich hab die Schnauze noch nicht! Ich hab die Jungen zuerst! Ich hab die Schnauze. Ich glaube, das ist jetzt so, wie kostet die Leute auch schon, dass sie gestorben ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020